Das Mikrocomputer gesteuerte Tischtennisballauswurfgerät ist leicht und lässt sich praktisch transportieren. Die Installation ist äußerst einfach und die Maschine lässt sich selbst auf kleinstem Raum benutzen. Der Benutzer kann auf einfache Weise die Geschwindigkeit, den Winkel, den Abstand und die Frequenz einstellen. Das Gerät ist ein ausgezeichnetes Trainingsgerät, das sich für Anfänger und Profis gleichermaßen eignet. Es ist selbst in der Lage, äußerst schwierige Flatterbälle und Bälle in unmöglichen Winkeln auszuwerfen, so dass sich Spieler auf die schwierigsten Spielsituationen vorbereiten können. Das Gerät eignet sich sowohl für Einzeltraining als auch Mannschaftswettbewerber. Erstens. Das Gerät kann manuell oder automatisch bedient werden. Für die automatische Bedienung stehen neun voreingestellte Gruppen von Ballkurven zur Verfügung. Bei manueller Bedienung kann der Benutzer ganz nach eigenem Vorlieben die Ballbewegungen einstellen und speichern. Die Bälle werden dann entsprechend des Speichers der Reihe nach ausgeworfen. Zweitens. Bei langanhaltener Benutzung kommt es nicht zur Überhitzung. Das Gerät ist äußerst leise. Drittens. Zusätzlich gibt es eine Vorrichtung zum automatischen Einsammeln von Bällen, die dem Benutzer das fortwährende Spielen ermöglicht, ohne dass er Bälle aufsammeln muss. Viertens. Die Strombenutzung kann auf die örtliche Stromversorgung abgestimmt werden, so dass sich das Gerät auf der ganzen Welt benutzen lässt. Viertens. Vieren. Viertens. Viertens.